Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored Und es geht weiter Wir sind hier Und wir sind tot Weil er keinen Doppelsprung gemacht hat Warum auch immer Warum auf einmal er jetzt keinen Doppelsprung mehr macht Anstatt wie vorher er es die ganze Zeit getan hat Weiß ich nicht Hier ist nicht die Rune Wo ist die Rune? Da So So und jetzt? Hallo? Da ist noch Knochenrefakt Okay du bist nur rotes Licht So Nein So So Oh Das war knapp So So Und jetzt? Es ist nix Barschum Warum kommt er zurück? Schwer zu sagen. Beobachten wir die Straßen. Wir sehen ihn von den Dächern. Gut. Sonst schneiden wir im Armag den Weg ab. Ohne den Schlüssel kommt er nicht durch den Bahnhof. Er ist gerissen. Er wird den Weg finden. Okay. Ah. Okay. I am caught. I hate those things. Knochen hat einfach gestaut. Okay. 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 Wo ist es denn? Hä, ist es irgendwo außerhalb? Oh, nee, muss ich denn noch mal nach oben. Oh, nein, da ist... Was schafft ihr denn aus? Ach, du musst die gar nicht zurückholen. Ich kann doch einfach sagen, die interessiert mich nicht. Okay. Das war trotzdem scheiße, weil ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ja, das war irgendwo außerhalb. Schein hier. Ja, okay. Ich habe schon gesehen, dass ich das nicht ausrüsten werde, weil das heißt gesunder Appetit. Und den brauchen wir nicht. Das wahrscheinlich erhöht die hier Gesundheitsregeneration mit Essen. So. Okay. Wir haben unsere Ausrüstung zurück. So. Gucken wir mal an die 6. Da ist ein Knochen. Ich sehe etwas, was du siehst. So. Was zum Hänker sind wir hier? Nein, nein, nein. Nicht so mit mir, mein Jungchen. So, äh, 6. Das müsste genau unter mir sein, ne? Ja. Natürlich ist hier keine Wand. Äh, äh? Da ist eine Wand? Obwohl. Ist da was? Nö. Äh, 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 äh. Hi. Jäger. Achso, aber hier war was. Nö. Aber ich wissen. So. 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 Sag ich so, wo geht es im Bado. Das ist so cool. Weg mit dir. Ah, das ist gut. Ja, auch gerade siehst du ja. Cool. Sollte. 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 A l'eau. Du siehst mich nicht. Knochen, Arterfaktor und Ruhe. Cool. Okay, hier kann ich runter. Will ich da rein? Die Rudi ist da unten. Aber da seh ich schon wieder Wichser. Das geht. Wollen wir die 8? Was ist das? 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 Das ist ganz schön anspannt. Äh. An-anspannt. Boah, da sind wieder Scheißhunde, ey. Überall. Was ist das? 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 Ich mach euch alle kalt. Achso, das war nur weil der Sound die aufgestreckt hat. Ja, ja, ja. Da unten ist er. Aber die brauche ich hier nicht eigentlich, ne? Ja, 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 ja. Oh, leider wurden die Hunde gekillt. Ja, kann ich auch nix für. So, wo müssen wir hin? Einmal ganz da runter und einmal irgendwo da hinten hin. Was ist das? Und so. Kann ich hier nix runterwerfen? Ah, nee. Oh, Mann. Ey, die nervend. 4. 4. 3. Was? Äh, nee. 2. 1. 5. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 4. 10. 12. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. Da unten wahrscheinlich Ne, genau hier unter mir Aber das ist hier drin Da komm ich wahrscheinlich gar nicht hin jetzt Okay Ich wusste es Ich wusste es Zum Glück können wir uns hier so frei rumbewegen Da ist nur der eine Typ der noch lebt Wer halt da ist Ich wusste es Ich wusste es Ah, ein Betäubungsbolzen. Ja, äh, fünf, ne? Toll. Danke. Da hauts Schlüssel. Äh. Schöner Schlüssel. Das wird niemals klappen. Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut. Dann gehst du mal auf den Sack. So. Ja. Äh. Sehr gut. Ich habe Sie nicht kommen sehen. Nun versuchen Sie es in die andere Richtung. Fokussieren Sie Ihr Ziel nicht mit den Augen. Das ist albern und schränkt das Potential Ihrer Macht. Was da ist. Sie kennen den Raum. Konzentrieren Sie sich darauf, wo Sie stehen wollen. Und es wird so geschehen. Herr Psyllam, wir können Ihnen nichts mehr weiterbringen. Kehren Sie zu Ihrer Rehestecke zurück. Morgen Abend beginnt Ihre richtige Arbeit bei uns. Nur mal so. Wäre besser, wenn ich den hier hin, äh. Er hat uns da ist. Okay. Äh. Schneller. Was noch? Bleib da. Die machen so quasi einen Trainingsraum. Wie. Wie der da sitzt. Hi. Ich habe ihn von hinten, der mich nennt. Du, mein Sohn. Ich muss aber noch viel lernen, wenn du so wenig Schaden machst. Vollidiot. So. Wo werden wir jetzt zurückgesetzt? Oh, der ist perfekt. Das ist ein weiteres Schaden. Das ist alles. Meister. Ich freue mich, was da auf den Kopf. Keine Stuhl. Und die Waffen und schwören nicht zu sehen zu haufen. Das klingt unmöglich, ich weiß. Und Grease darf nachher ich es wieder abgehen. Versage sie. Das ist ein Fach besser... ...wie ihres. Mach sie mit den Wachen, was sie für richtig halten. Was Corvo angeht. Er wird mich hier treffen, wenn es an der Zeit ist. Er muss es tun. Was ist das? 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 Oh baby. Hable Dies! Nice. So. Lauf nach oben mit dir. Ich habe einen wunderschönen Platz an der frischen Luft, finde ich. Was haben die eigentlich... Was haben die Bösewächter eigentlich immer für komische, äh... Ne? Also es ist echt immer seltsam, was die für Verstecker haben. So. Es ist nur noch einer. Beziehungsweise der hier. Und jetzt kämpfen wir den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Gegen das Ticken der Ruhe. Ja, mach du. Zieh, du mich ran. Ist mir egal. Lasst uns. Das muss ich alleine machen. Ja, Mann. Noch ein wenig Zeit für uns, Corvo. Nein. Warum hast du Hurensohn mich eigentlich... Warum hat der schon wieder nicht... Alter, dieses Spiel macht mich aggressiv. Natürlich muss ich alles von neu machen, nö? Natürlich ist der Blut... Ah, hallo. Und jetzt kämpfen wir den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Ja, mach. Gegen das Ticken der Ruhe. Schneller. Das ist mein Kampf. Bist du Hitler geworden oder was? Hast du jetzt auch deinen Kampf oder was? Das klingt unmöglich. Ich darf solche Witze machen. Nee, darf ich nicht. Dann mach keine Witze darüber. Scheiß auf diese scheiß Tag. Das ist einfach besser versteht, als sie ihres. Ah! Diese Hurensöhne! Wo sind die Granaten? Was ist das? Hier. Hier. Granaten! Hier, Granate. Granate. Mann, ey. Dieses Scheiß-Mistvieh. Warum hat er sich denn umgeredet? Ich bin doch komplett zeilen an ihm vorbei. Mann, ey. Schwören, Hüren, ey. Mühren, Alter. Fick den, ey. So. Dass er sein Fach besser versteht, als sie ihres. Guck, der macht einfach, was er will. Hallo! Geht doch! Meine Fresse, ey. Gib mir die 8. Gib mir die 7. Können versuchen, den unseren erstmal zu killen. Ich hab das Spanien aufhören unteren direnремahen. Nein. Es war eigentlich nur noch immer. Guck, ihr habt das Spanien. Aber wir müssen wieder. Weil wir verabschraçãoen haben. Spanien sind viele oder sich, , dann versammeln. Ich muss das Spanien oben jetzt kommen. Mein frates kommt, So, ich bin jetzt geschlossen. Laut Schlüssel in deinem Arsch. Oh, sieben. Oh, sieben. Ich darf ihn nicht hier ablegen, sonst ich habe ihn übersacht. Ich packe die Safer hier durchs Wasser. So, wieder mal geduscht. So. Ich will ihn erwürgen. Natürlich guckt er jetzt in meine Richtung. Ne? Natürlich guckst du in meine Richtung. Jetzt habt ihr alles verloren. Das ist der Ende, Nordregent, kaiserlicher Spion, Hiram Burroughs. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie auf dich daran dachten. Ich weiß, ich brauche es nicht, aber ich nehme es mit. Puddleeingang. Gesetze, Gerichtssilfe. So. Dauts Scheisschlüssel. Nochmal Dauts Scheisschlüssel. So, haben wir nochmal was? Johann Dice. Johann Dice. So. So. Gucken, ob hier noch was ist. Nö. Doch. Irgendwo sind doch Gottbarren gewesen, habe ich doch gesehen. Hä? Das ist ein D-Digger wahrscheinlich. Da unten ist ein Postal. So. Frau Dice. So. Wo ist das? Da. Okay So, weg hier Meine Güte So So Es gibt kein Krankenhaus, das sagte ich doch Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt Es sind Stadtwachen Die sollten doch Die Leute beschützen Das haben Sie Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns Den Krang Mir geht es Nicht so schlecht Manche Leute überleben es, richtig? Hier gibt es nur eine Ja, super tolle Idee Oh, da hinten muss ich hoch Scheiß Spiel Lass mich da hoch Das macht mich ja krass Alter Geh einfach hier hoch Geh da hoch Meine Güte So, wo ist das Scheißding Gib mir jetzt mehr Natürlich sind es über mehr 23 Späte Über mehr Vielleicht ist noch ein Knochenartefakt? Wie soll ich denn nach oben kommen? Hier? Ja und wie? Dank für nix Das ist ganz da oben Also da hinten sind so Wege Aber ich glaube nicht, dass man da hoch kann, oder? Ah, ich muss die Folge beenden Ich bedanke mich fürs Zusehen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Halt rein Und tschüss Oh, Mann, ey Mann, lass mich Warum? Ich verstehe es nicht, warum? Scheiß Ja, okay Hier ist immer ein 23 Späte Okay Aha Hau ab Zurück Was bist du? Bist du eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein Vielleicht ein Ja, bin ich Auf der Durchreise, wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Ja, dann lass mich doch in Ruhe Ich wollte eigentlich die Folge beenden Aber jetzt will ich das nicht mehr Ich will dieses Scheiß-Ding Wo ist es? Da Yes, endlich Komm ich auf das Haus? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bedanke mich mal fürs Zusehen Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Dort rein Tschüss 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 Vielen Dank.